Und wir machen weiter mit der Gruppe D. Auch wieder mit Jonny. Hat sich ja nicht viel geändert in den letzten paar Sekunden. Einer der Favoriten. Spanien mal wieder. Obwohl die gestern, also kommt drauf an, wenn ihr das Video schaut, gegen Georgien unglücklich. Ah, 0-1 verloren haben. Ist schade. Tschechien haben wir da noch. Türken, äh, Türken, ja. Ja, ist das Land. Türkei und Kroatien. Ich kann mal was machen, das ist das Türkenland. Äh, no offense. Und let's go with the Spanier. Spanien im Tor mit Casillas und De Gea. Wunderschön. Der Kampf um den 1 ist auch hier noch nicht entschieden. In der Abwehr. Ramos, Piquet, Juan Fran, Jordi Alba, Dani Cavajal. Ach, dieser Laut. Marc, Batra und, ja, das war's. Batra, Neu-Dortmunder. Aber nicht bei der EM dabei. Fui, Panini. Sergio Busquets im Mittelfeld, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, alles alte Bekannte. Koke, Isco, Santi Casola, Juan Marta, der auch nicht bei der EM dabei sein wird. David Silva da noch. Und im Angriff Pedro, Rodriguez, Alvaro Morata, Diego Costa, der auch nicht dabei sein wird. Dafür Arez Adouris, ein 35-Jähriger von Bilbao, aber egal. Und Paco Alcacer. Kaka. Alcacer. Okay. Startelf, bitte. Der Star natürlich Andres Iniesta. Im Tor, laut Panini, Ica Casillas, in der Abwehr des 4-3-3-Systems, über außen Juan Fran und Jordi Alba, in der Innenverteilung Piquet und Ramos. Die Vereine von ihm können sich ja so gut leiden. Piquet provoziert ja auch nicht. Machen wir ja nie machen. Nein, nein, nein. Dann im Mittelfeld nehmen Iniesta, Busquets und Fabregas. Über die Außen kommen Casola und Silva und in der Mitte Paco Alcacer. Wobei ich nicht glaube, dass der von Anfang an spielen wird, oder? Wie war es denn in den Tests? Ich weiß es nicht. Nicht so erfolgreich war es. Ja, auf jeden Fall. Tschechen haben wir da noch. Ja, auch dabei Peter Tschech im Tor. Natürlich, mehr kennt ihr nicht. Der Oldie with the Goldie. Okay, Pabell Kadaszabek, Hoffenheim, haben wir da. Thomas Schivok, Michael Kadlec, ebenfalls Bundesliga erfahren. Spielt ja nicht mehr bei Leverkusen. Spielt ja in der Verteidigung. So wie die es hier auf Liste schon. David Limperski ist auf jeden Fall Außenverteidigung. David Limperski macht den Außenverteidiger. Wladimir Darida und David Pavelka, auf der 6. Borek Dotschkal, Thomas Rosicki und Ladislaw. Wladimir Darina, Hertha BSC, ehemals Freiburg. Daniel Kolar, Jaroslav Plaschil, den kennt man auch schon ein paar Jährchen. Tomasz Rosicki, den auch. Kennt man auch ein paar Jährchen mehr. Ein paar Jährchen mehr, ja. Borek Dotschkal und Ladislaw Krischi im Mittelfeld. Und dann haben wir da noch Wadzschlaff Pila, den kennt man noch von Freiburg. Seine 6 Spiele wird niemand mehr vergessen. Die waren, also nicht die 6 Spiele, sondern die Anzahl der Spiele, die er hatte, war 6. Matej Vidra, Milan Škoda, David Lafata und Tomasz Nesit für Tschechien. Und wir machen weiter mit den Türken. Jetzt geht's ab. Mit Volkan Babakan im Tor. Nicht zu verwechseln mit Volkan Demirel, der immer noch spielt bei Fenerbahce, aber das nur am Rande. In der Abwehr Serdar, Aziz, Hakan Baita, Gökhan Gönül, Semikaya, Schener Özbayrakli, Mehmet Topal und dann noch Ersan Gülüm sowie Emre Taschnimir. Im Mittelfeld. Und Ozan Tufan, Caner Erkin, Gökhan Töre, da kennt man ja der mit der Pistole. Selçuk Inan, Volkan Shedden, Ada Turan, der Stadermannschaft vermute ich mal. Hakan Jalanolu, Ex-KSC-Spieler, das war nur geraten eben. Und dann noch Ogujan Ötzi Jakob von Besiktas. Im Angriff, Olcai Scharan, wer kennt ihn noch nicht noch aus Duisburg. Und Kais Laudan, gute Frisur. Umut Bulut und Burak Yilmaz. Burak. Kennt man aus Champions League. Zuerst Champions League ist ja, weil das ist ja. Ja. 4-2-1, System. Let's go. Achso. Der Star, Ada Turan, im Tor, Babakan, in der Abwehr des 4-2-3-1. Sena Özbayrakli, in der Innenverteidigung Serdar Aziz und Hakan Baita. Und als Rechtsverteidiger vermute ich mal Caner Erkin. Im defensiven Mittelfeld Selçuk Inan und Ozan Tufan. Ich vermute mal über rechts kommt da der Tor ran. In der Mitte dann Hakan Jalanunu. Oder über links, keine Ahnung. Und Ogujan Ötzi Jakob und der Angreifer Burak Yilmaz. So, ebenfalls 4-2-3-1, Kroatien mit dem Starspieler Ivan Rakitic. Im Tor, Daniel Subasic, Dario Schirrnein, Abwehr, Domingos Vida, Medellan, Czorluka, mit dem Dächchen auf dem C. Czorluka deswegen. Josep Pivaric, ja wie gesagt, der Abwehrspieler, Luka Modric und spielt Rakitic auf... Ne, ich glaube nicht. Mateo Kovacic spielt auf der 6. Oder Offensiv. Nobody knows. Marco Piaka. Ne, ich glaube Rakitic spielt Offensiv. Ne, Kovacic, der ist ja normal. Bei Matric spielt er immer Offensiv. Keine Ahnung. Ivan Perisic und Mario Mandzukic. Komplettieren die Startelf, die angebliche Startelf. Und die 20 Spieler, die Panini ausgewählt hat für Kroatien, sind im Tor. Daniel Subasic. Subasic. Wie auch immer. Dario Schirrnein, bekannt von Chakya. Medellan, Czorluka hat mal eine Zeit für die Joghurt gekickt, aber die war nicht so ausreichend. Also ist jetzt bei Ludogore... Lokomotivismus. Tomagos wieder machen wir weiter. Dejan Lofren. Der ist nicht dabei. Ja, nicht dabei, nein. Marco Leskowitsch. Simi Vrza-Jalko. So ungefähr, hört sich der Name an. Josip Pivaric, die Abwehrspieler. Mario Pascalic. Marcelo Brozovic. Milan Badei. Ah, das war so. Luka Modric. Ne, Fiorentina, Entschuldigung. Luka Modric, einer, auch der Saar-Spieler, der mit Real-Di-Chemis-League gewonnen hat. Genau wie Mateo Kovacic. Äh, aber keinen Einsatz hatte. Also zumindest nicht im Finale. Ivan Rakitic, Ivan Perisic und Alen Halilovic. Das Talent von... Giron. 20 Jahre. Wird er. Äh, ja, das ist nur ein kleiner Side-Effekt. Äh, Round-Effekt. Marco Piaccia. Andrei Kramaric von Hoffenheim. Nikola Kalinic und Mario Mandzukic. Wolfsburg und Bayern. Und jetzt bei Juve. Wie lange? Die Todesgruppe. Keiner weiß es. Ja, jetzt machen wir weiter mit der Todesgruppe. Gruppe E. Belgien. Italien. Republik of Ireland. Und Ibrahimovic-Land. Ja. Wir starten mit Belgien. Let's go. Im Tor gleich mal zwei Torhüter. Ich wollte gerade sagen englische Spitzenklubs, aber das trifft dieser auf keinen von meinen 10 und Platz 8. Thibaut Courtois und Simon Mignolet in der Abwehr Vincent Kompany. Oder auch nicht, weil er ausfällt. Dann noch Thomas Vermeilen, Jan Vertongen, Nicolas Lambertz, der auch ausfällt. Ja, ja. Jason Denayer und Tobi Alderwelt. Immer spannend, wie ihn die Reporter aussprechen. Dann im Mittelfeld Raja, Nain Golan, um den es ja auch Wechselberüchte gibt zur Zeit. Marwan Fellaini, Axel Witzel, Kevin De Bruyne. Wer kennt ihn nicht? Eden Hazard, Dries Mertens, Nazareth Schadli, Yannick, Ferrara, Carrasco. Sehr gute Leistung im Champions League Finale. Moussa Dembélé. Nein, nicht der den Dortmund kauft. Und im Angriff Christian Benteke, Michi Bacuay oder so. Und Romelu Lukaku. Lukaku, Lukaku. Dessen Bruder auch im Kader ist, aber nicht. Aber eigentlich nicht. Dann der Stadermannschaft Eden Hazard. Auch wenn er keine gute Saison gespielt hat. Dann im 4-3-3 im Tor Thibaut Courtois. Über außen Alderwelt und Vertongen. In der Innenverteilung Kompagny und Lomberts. Ja, das wird wohl nichts. Dann im Mittelfeld. Fellaini, Nain Golan und Witzel. Und im Angriff, oder über außen, neben Assar noch De Bruyne. Und vorne Romelu Lukaku. So, dann machen wir weiter mit den Ithaken. Im 4-2-System haben wir natürlich den Oldie but Goldie. Äh, Goldie? Goalkeeper? Ah, Buffon. Natürlich Gianluigi Buffon. Dann in der Abwehr Matteo Darmian. Leonardo Bonucci. Giorgio Chiellini und Mattia De Scilio. Dann, äh, über rechts kommt Alessandro Florenzi. Also macht nicht den Rechtsverteidiger, sondern, äh, rechtes Mittelfeld, ja. Marco Verratti. Claudio Marchisio und Ferrati. Ja, wird schwierig. Marchisio wird noch schwieriger. Noch schwieriger. Ja, Antonio Candreva, über links und Eder und Graziano Pelle im Sturm. So, gehen wir jetzt ganz schnell durch. Gianluigi Buffon im Tor. Die 5 Abwehrspieler Andrea Bassali, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Matteo Darmian und Mattia De Scilio. Dann, mittelfeld Alessandro Florenzi, Daniele De Rossi, Andrea Pirlo, ja. Oder auch nicht. Nein. Claudio Marchisio. Oder auch nicht. Auch nicht. Oder Verratti. Nein, auch nicht. Marco Parolo, Roberto Soriano, dessen Budaya mit Würzburg in die 2. Liga aufgestiegen ist. Giacomo Bonaventura haben wir da noch und Antonio Candreva im Sturm, wenn er Sturm spielen sollte. Esteban El-Sharavi, Lorenzo Insigne, Giro Immobile. Eine Schweigeminute gerade. Eder und Graziano Pelle. Also Italien ist jetzt nicht so der Favorit bei dieser WM. Äh, ja, bei der nächsten auch nicht. Äh, ich meinte eher. Sie sind aus meiner Sicht ein Favorit für ein, für ein, für ein, für das Ausscheiden. Ja, genau wie die letzten paar Jahre auch. Also zumindest WM. Im Tor eine Wecke, die nicht. Shea Given, der immer noch Stammkeeper ist. Mit 40. Und Darren Randolph. Dann in der Abwehr John O'Shea, Richard Koff. Kioch. Kioch. Dann in der Abwehr Simus Coleman, Mark Wilson, Stephen Ward, schon wieder ein Wort. Und Jaren Clark. Kierian. Dann im Mittelfeld. Es wird nicht leichter. David Meiler. 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 Jeff Hendrick. James McCarthy. James McLean. Robbie Brady. Glenn Whelan. Wes Houlihan. Aidan McGeady. Und im Angriff Daryl Murphy. Natürlich. Robbie Keane darf nicht fehlen. Shane Long. Und John Walters. Ich mache halt die ganze Zeit das Stativ kaputt. Aber macht ja nichts. Die Aufstellung von Irland. 4-4-2. Robbie Keane im 4-4-2. Und auch sonst. Im Tor hat Darren Randolph. Ich hoffe es wird given. Dann Außenverteidiger Simus Coleman und Stephen Ward. In der Innenverteidigung John O'Shea und Richard Kioch. Im Mittelfeld Jeff Hendrick. James McCarthy. Glenn Whelan. Und Robbie Brady. Und im Angriff John Walters und Robbie Keane. So. Jetzt kommen wir zu den einzig waren. The One and Only. Der sein Mode-Label rausgebracht hat. Zlatan Ibrahimovic. Im 4-4-2-System. Haben wir den Torwart da. Andreas Isoxson. Dann Michael Lustig. Andreas Granquist. Michael Antonsson und Martin Olsen. Die Abwehrspieler. Dann über rechts. Sebastian Larson. Dann in der Mitte Kim Kelström und Oskar Levicki. Die unüberlegst kommt Emil Forsberg. Ja gut. Von mir aus. Und vorne wie gesagt Zlatan und Markus Berg. H. S. V. Also nicht der Ibra. Also Berg. Andreas Isoxson wie gesagt der Torwart. Sie haben keinen zweiten ausgewählt. Michael Antonsson. Pierre Bengtsson. Mainz. Andreas Granquist. Eric Johansson. Michael Lustig. Und Martin Olsen. Der Abwehrspieler. Oskar Hiljemark. Jimmy Durmas. Albin Ektal HSV. Emil Forsberg Leipzig. Kim Kelström. Eine Legende. Also schwedische Legende. Er hat aber danach auf. Ja. Sebastian Larsson. Wieder nationalisch. Dann noch Oskar Levicki und Ergin Schengen. So wie Pontus Verne Blöhm für das Mittelfeld. Und dann vorne noch Markus Berg. Ola Toi wohnen. Zlatan Ibrahimovic. Und John Guidetti. Die Stürmer für Schweden. Wir machen weiter mit der letzten und finalen Gruppe. Gruppe 11. Mit Cristiano. Island. Sigurtsam. Sigurtsam. Alaba. Und Schuczak. Kirai. Jogginghose. Also genau gesagt Portugal, Island, Österreich. Und Magyararsak. Habe ich jetzt komplett richtig ausgesprochen. Ungarn. Im Tor der Portugiesin. Rui Patricio. Immer mal für einen Fehler gut. Bruno Alves. Immer mal für eine rote Karte gut. Genau wie Pepe. Dann ist dazwischen noch Riccardo Carvalho. Im gestandenen Alter noch zurückgekehrt in die Nationalelf. Dann noch Eliseo. Fabio Quentrao. Fällt aus. Aber egal. Dann noch Cedric. Und der Wolfsburger Villarinha. Dann mein Lieblingsspieler André. André von Porto. Dann noch von Porto Danilo Pereira. Dann William Carvalho. Sehr guter Mann. Muss man mal erwähnen. Dann Joao Mario. Mario. Und Joao Moutinho. Nani. Auch ein kleiner Style in der Mannschaft. Dann Miguel Veloso. Dani. Und Riccardo Cuaresma. Von dem Bion. Und ich nachgeguckt habe, ob er im Kader ist. AM-Hälft-Kicker. Naja, im Angriff dann Bernardo Silva, Eder und Cristiano Ronaldo. Den man ja vielleicht auch eventuell kennt. Hat einen Elfmeter gemacht im Finale. Oder mehr, aber auch nicht. Ja. Es wird wohl nichts. In der Endverteidigung neben Pepe, Riccardo Carvalho. Und im defensiven Mittelfeld Joao Moutinho und William Carvalho. Zusammen mit Miguel Veloso. Dann vorne neben Ronaldo noch Nani und Bernardo Silva im Angriff. Dann machen wir weiter mit den Isländern. Auch ein Überraschungsteam, das weitergekommen ist. Bis zur EM. Da es ja 24 Teams gibt und nicht mehr 16 Teams. Kommen dann halt auch so Mannschaften dran. Aber bei Island wäre auch so reingekommen. Doch, stimmt. Okay. Island hat es auch so geschafft. Dann 4-4-2. Giffy Sigurdsson, der Starspieler. Ehe als Bundesliga für Hoffenheim. Jetzt kommen die Namen, die sehr viel Spaß machen. Hannes Haldorsson. Birkir Sevarsson. Kari Arnason. Ragnar Sigurdsson. Und Ari Skulasson. Dann über rechts ein Stürmer. Johann Gudmundsson. Hat zumindest weder hier als Stürmer gehandelt. Arn Gunnarsson. Birkir Bjarnassson in der Mitte. Und über links kommt ebenfalls ein Stürmer. Aber wird hier nicht angezeigt. Ne, stimmt nicht. Giffy Sigurdsson ist noch irgendwo dazwischen. Und ja, jetzt wie gesagt, vorne im Sturm Kolbein. Sigurdsson und Jondadi Bötvassson. Zu dem kommen wir gleich. Das sind wirklich Bötvassson statt Finkburgersson spielen. Ja. Also die Torhüter. Hannes Haldorsson und Ökmundur Kistinsson. Meine Güte. Ja, die Torhüter. Birkir Sevarsson. Ragnar Sigurdsson. Sölvi Othesen. Ari Skulassson. Und Kari Arnason. Die Abwehrspieler. Du bist Heinz-Sohn. Birkir Huren-Sohn. Verstehe ich jetzt nicht. Birkir Bjarnason. Giffy Sigurdsson. Emil Halfredson. Aron Gunnarsson. Rui Gislason. Der mit Nürnberg nicht aufgestiegen ist. Meine Güte. Eine Tragödie. Aber auch eine schlechte Leistung in Hin- und Rückspieg. Jawohl. Elmar Bjarnason. Olafur Skulassson. Und jetzt haben wir hier sechs Stürmer. Also die Zahl. John Dady Böttwassson. Kaiserslautern. Johann Gudmundsson. Wieder an Kjartansson. Alfred Finnbogason. Der Augsburg aus dem Klassenerhalt sozusagen gesichert hat. Also Kolbein Sigurdsson mit seinen paar Toren, die er geschossen hat. Fünf, sechs, sieben. Aydur Gudjonsson. Das ist ja auch immer noch. Also das ist ja Molde FK. Ja, ja, ja. Krass, krass, krass. So, die Österreicher. Im Tor Robert Eimer und Ramazan Özcan. In der Abwehr Christian Fuchs, der erst bei Leicester wieder aufgeblüht ist. Sebastian Brödel, auch der Ex-Punkt-Siegelspieler. Alexander Dragovic und Martin Hinterhäger. Geiles Pick, gell? Der, bei dem Gladbach die Kaufoption nicht sehen wird. Kevin Wimmer, auch der Ex-Bundesligaspieler. Und Florian Klein. Ebenfalls Ex-Bundesligaspieler. Ja. Es tut immer noch so gut. Dann Jürgen Garisch von Darmstadt noch. Und im Mittelfeld aller war bei Österreich immer im Mittelfeld. Dann Julian Baumgartlinger, Jakob Janscher, Stefan Ilsanker von so einem komischen Klub, der jetzt aufgestiegen ist. Wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Dann Slatko, Junuzovic, Marco Arnautovic, Ex-Prem Martin Harnik. Ja, auch Ex-Bundesligaspieler. Wobei der wohl eh gewechselt wäre. Und dann im Antrieb Lukas Hinterseer. Rubin Okotje, Marcel Savica, auch von so einem komischen Klub. Und Marc Janko von Basel. Basel. Also wenige Spieler, die hier überhaupt nicht in der Bundesliga waren. Ja. Dann der Star, wer hätte es gedacht, David Alaba. Kann auch gute Eigentore schießen, wie man neulich gesehen hat. Im Test gegen Malta. Im Tor Robert Almer, in der Abwehr Florian Klein, Alexander Dragovic, Sebastian Prödel und Christian Fuchs. Im Defensivmittelfeld neben Alaba noch Baumgartlinger. Dann Zentraloffensiv, Junuzovic. Über außen Harnik und Arnautovic. Und im Sturm Janko. So, das wäre es jetzt. Ein Team fehlt noch. Die Ungarn. 4-2-3-System mit Balas Cucac, der Kapitän. Laut des Pigs. Ja, ist er. War auch. Sollte auch. Und wie gesagt, der Starspieler. Und im Tor haben wir dann Gabor Kiray. Der wahre Starspieler. Der wahre, der wahre Kultstar. Dann noch Attila Fiola, Roland Juhasz, Richard Guzmisch, Tamas Kadar, die Abwehrspieler. Akos Elek, Joltan Gera, Laszlo Kleinheißler, der sich gerade am letzten Spieltag mit Bremen noch den Klassener hat gesichert hat. Gegen Frankfurt. Und dann noch Gergö Lovrensic und Tamas Priskin. Ich habe mir dann Schaller nicht reingetan, also das ist ja unfassbar, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte heulen. Gabor Kiray, die Torreta, Adam Bogdan, also die zwei. Ersatzmann von Liverpool. Und wird es, was soll er nicht immer noch sein, wenn Karius jetzt da ist? Ja. Mignolet sollte sich in einen anderen Verein suchen. Oder Bogdan, keine Ahnung. Reile hypothetik. Roland Juhasz, Attila Fiola, Richard Guzmisch, Adam Lang, Tamas Kadar, Adam Pinter, die Abwehrspieler. Dann, jetzt haben wir noch zwölf Spieler. Akos Elek, Joltan Gera, Adam Norgi oder so. Joltan Stieber, leider nicht aufgestiegen, mein Gott. Aber ich glaube, das wäre auch nichts geworden. Okay, Balas Cuczak, dann noch Laszlo Kleinheißler, Gergö Lovrensic und die Stürmer. Christian Nemeth. Okay. Nemanja Nikolic, Daniel Böde, Tamas Priskin und Adam Schallay. Der Mann mit der eingebauten letzter Platzgarantie. Jawohl. Auf einmal in der Hinrunde und Tanova in der Rückrunde. Wie ist sowas möglich? So, dann zeige ich euch noch jetzt die letzten Seiten hier. Hier sehen wir, das sind jetzt keine Sticker mehr gewesen. Aber das sieht man hier. Die Geschichte sozusagen. Jeden Europameister, jede Europameisterschaft und jeden Titelträger. Auch das Finale. Ja, das Finale. Die Daten dazu. Kann man jetzt wahrscheinlich an der Kamera oder nicht erkennen. Im Bildschirm. Aber das ist auch egal. Macht nichts. Das Wichtige ist, auf der anderen Seite, wo Deutschland Europameister gewonnen ist, 96, das haben wir nicht gesehen. Das haben wir nicht gesehen. Und das haben wir auch nicht gesehen. Das wäre dann für Coca-Cola noch. Aber ich bin kein Coca-Cola-Säufer. Es tut mir leid. Ja, ich entschuldige mich. So, das war das komplette Frankreich-Panini-Sticker-Album für die EM. Wenn es euch gefallen hat, bitte bleibt auf meinem Kanal. Fünf Dreiviertelstunden ist jetzt wahrscheinlich schon um. Ich weiß nicht, wie wir es zusammenschneiden und dann schauen wir. Und ja. Dein Tipp für den Europameister. Ja, Tipp für den Europameister, damit wir das Video noch in die Länge ziehen. Es kann passieren, dass jemand geblieben wird. Ja, das ist reine Hypothetik. Aber legen wir uns fest, Deutschland. Frankreich, Deutschland, Belgien oder Spanien. Aber ich sage Frankreich. Are you crazy? Ja. Oder vielleicht auch Ibrahimovic. Man weiß es nicht. Ja, Ibrahimovic, aber ohne Schweden. Ja. Okay. Mit Jose Mourinho. Alles klar. Also. Tschüss. Tschüss.